Ich habe hier die Aussage eines Arbeitskollegen. Sie erinnern sich an das Dezernatfest? Neigt jemand zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Sehr schön. Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding. So. Was will ich denn? Hackfleischbärchen in Eizitronen. Ich hoffe, Sie mögen Knoblauch. Unbedingt. Sonst bin ich geliefert. Ich halte mich geliefert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020